Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob die alten Hasen hier das haben. Das ist praktisch hier jetzt die Rentner-Aufstellung, die im Cataract. Graue Starr hängen sie jetzt hier, wo hinten einer an. Der graue Starr, die zwei Rentner daddeln jetzt rein. Also denkt er, direkt die geholt, dass wir das nicht verhundeln. Und los geht's. Oh, wir fangen ja CT sogar an. Ja, praktisch gewonnen. Start, einer. Ja, Monster. Die haben da auch die Bombe. Ja. Die kommen. Oh nein. Wow, wow, okay. Die haben gesmoked und laufen geradewegs durch die Smoke. What the fuck? Peter. Was war das für ein Plan? Also das war ja jetzt mal wirklich... Da haben sie aber reingekackt. Ja. Unten ist ein Flash. Die brennen. Achte, warte, ich nade rein. Ja, Wasser. Wow. Schön. Alter, ey, aber da, also... Ach gut. Was ein Start. Mussten nur noch beide so gehen, ey. Du wirst nicht übermütig sein. Das passiert schnell. Das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, wenn sie jetzt mit MPs oder so kommen... Gut, MPs gehen noch, aber AK, AWP, da muss man die wirklich ganz schnell killen. Also da müssen wir immer den First Track hinkriegen, weil sonst sind wir weg. Oh, liegen wir unten ab. Yo. Ich nade rein. Und ich geh mal auf die Brüche. Komm, wir nade, wir füßern. Hast du mal ne Smoke? Schau, was? Äh, ja. Ich smoke gleich nach, oder? Boah! Okay. Links Wasser. Monster. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Monsieur, monsieur. Bitte, bitte. Und der war auch noch nicht angefrackt. Holy shit, der hat doch 48. Boah, der hat mir aber, du, nen Klöscher gegeben, ey. Der kam um die Ecke instant tot. Ganz frech. Ich brauche mich halt unten nicht zu peaken, ne, falls sie ne Arme haben. Ja, peck nicht, peck nicht. Nice. Boah, ich hab noch 13 AP, ich geh def. Jo, jo. Ich hab leider auch nicht mehr arg viel, aber den kriegen wir noch. Ja. Ich denke, dass er auf Short kommt. Ah, du hast auch nicht mehr so viel. Ja. Du musst zusammenbleiben. Ich stell mich jetzt, ich dachte, ich stell mich hier close hin. Ja. Aber vielleicht, kannst du, oh, der ist unten, der ist unten. Ja, ja, ich hab Monster, alles gut. Er hat schon, oh, yes. Easy peasy, Allah. Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass er einfach drauf rennt, wie gestern. Ich molly direkt nochmal unten rein. Da kommt noch eine Flash. Keiner durch. Boah, der gibt mir direkt einen Headshot, ey. Aber er kann nicht weiter, ne, der brennt. Kurz drauf, ein Decoy. Okay. Unten, aua, aua, aua. Er kommt durch, er kommt durch. Ah, shit. Alter, ich bin so blind. Wo kam der her? Boah. Hier, nein. Der, no. Oh, die drücken aber schon gut, ey. Ja, die sind nicht schlecht. Also, die haben schöne Shots drauf, die Jungs. Ich muss erstmal reinkommen, ey. Ich hab, wie gesagt, schon so lange kein CS mehr gespielt. Alles gut, alles gut. Ich glaube, der geht gleich unten durch den Molly durch. Der ist weg, der ist weg. Nein, kurz, low, kurz, low. Minus 50. Okay, minus 50 nur. Links. Jetzt hast du ihn. Oh, der hat schon einen Hit. Jawoll. Ey, ich hab ihm zwei Hits geben müssen, ne? Echt? Ja. Ich hab ihm sieben, ne, acht, 14,1 gegenehmt. Ich glaube, ich hab ihm bei fünf nur in den tief hängenden Hoden geschossen oder sowas. Keine Ahnung. Also, ich hätte schwören, dass der erste Shot auch in den Hit war. Ganz, ganz frech. Oh, ja, ganz hinten bei Monster ist einer. Ich smog den direkt wieder ab. Ja, ja, ich bin jetzt ein bisschen clever. Hast du noch einen Smoke? Nee, ne? Nee, aber ich könnte irgendwo reinflashen halt. Wollen wir den reinpiegern? Ich hab einfach mal einen geschossen. Ich weiß, oh Gott, Schott, aua. Oder den Boosten, keine Ahnung. Nee, das war einfach nur Timing. Ach, jetzt kommt der. Nice. Oh, schade. Die ist so unter den Arsch geflogen. Ach, no. Hast du eine Deagle für mich? Ja, 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 bitteschön. Ach, scheiße. Wo sind die hin? Da. Äh, da vorne. Bissl fatt geflogen. Oh, jetzt hab ich keinen Flash, aber egal. Ich denke, die werden wieder warten, die Jungs. Oh, da ist kurz was. Oh, dann haus ich da mal einen Nade da rein. Einer ist ein Monster. Ich glaube, der kommt auch. Also einer mit Monster, einer mit kurz. Einen müssen wir uns fix holen. Ja, dann guck ich unten. Ich denke, dass der unten gleich kommt. Ja. Die Smoke ist auch gleich weg. Du siehst ihn eher, ne? Ja, ich sehe den eher. Jo, da ist er. Alles gut. Der hat fix Fokus auf dich. Ja, der brennt mich an. Nice. Shot. Oh, oh, oh. Alter. Der hat schön Fokus auf dich gehabt. Er hat mich nicht beobachtet. Also beachtet. Das war, also alleine schon für die Moves, die gemacht haben, ist die voll, ist diese Runde schon geil. Auch wenn wir nicht gewinnen sollten, ist die echt heftig. Der erste war geil von dir. Beide einfach weg. Oh Gott. Ich decoy durch und guck da halt. Ich habe zwei Hits. Oh, der ist, der kommt einfach rum. Der hat noch einen Hit. Warte, warte, ich muss nachladen. Oh shit. Nein, der ist noch. Nein. Nein. Ah, du warst schon tot. Ja, ich bin nämlich einfach umgefallen. Der hat auf dich geschossen und ich falle oben hin. Ich habe es nicht gemerkt, dass du schon tot warst. Deswegen bin ich so close gegangen. Ich hätte einfach die letzten Schusssons genutzt. Ah, Mist. Alter, der hat auf dich geschossen und ich falle hinten im Hintergrund um, ey. Das war so ein kleiner Typ, nütz. Typical, typical. Count is to like. Ah, was machen wir denn da jetzt? Also er piekt unten frech und drückt aber auch direkt. Und dann Short kommt. Bei mir ist ja gleich einer. Ja, wir haben ja beide um die Ecke gleichzeitig, ja. Ja, komm, komm, komm. Und eins, zwei, drei. Ich bin low, ultra hardcore low. Low, low, low. Oh Mann. Shit. Ja, jetzt wird es echt, jetzt wird es heftig. Ja. Überprobier es jetzt mal was. Nee, nee, ich smoke jetzt lang ab. Ja. Ich brauche immer eine Flash durch und du gehst aber kurz rum. Okay. Also warte, ich smoke mal ab, warte. Okay, er hat auch abgesmogt. Ich flash jetzt. Ich flash jetzt und rum. Okay. Hoffentlich denken sie, dass wir über Monster kommen. Rum, rum, rum. Ja, Achtung, ich nade in den Ding rein, Toxic. Oh, beide. Ich habe noch einen Molly. Beide rechts. Deine ist. Nice. Der andere war rechts. Warte, warte, wir können jetzt nochmal Richtung Ding verschieben, ne? Wir haben noch genug Zeit, wir können wieder zurückgehen. Oh, da ist er. Ja, komm, einfach rum, Alter. Ja, komm, dann geh mal. Achtung, warte. Und los. Und los. Oh, ja, ne. Ne. Gibt es nicht? Nice. Ich habe keine Sekunde gezweifelt. Oh, wo habe ich da einen geschossen? Mein Schlitten hing fest. Ich hatte Ladehemmung. Ja, klar. Aber dann hat er dich aber echt nicht gut gerafft mit seiner Pump, oder? Der hat dich noch einmal getroffen. Der hat mit 43 ein 3 gegeben. Na gut, er hat halt daneben geschossen. Ja. Warte mal, ist auf Short eben was gesteppt? Ne, ne? Boah, da kommt er. Nein, der ist close, links. Ist auf. Ja, er ist jetzt weggerannt. Er ist weg. Hast du ihn nochmal getroffen? Der ist umlow jetzt. Da ist er, der andere. Ah, schade, schade. 83 in 3. Was? Drei Degelhits? Ja. Ja, ich glaube, einer ging voll in den Fuß. Ich glaube, der eine war nicht so. Oh, jetzt wird es harry. Jetzt müssen wir mal kommen. Jetzt müssen wir echt hier. Ja. Die Rentner. Die Rentner müssen doch was machen. Ja, ich meine, von den Shots her geht es eigentlich ganz gut. Ja. Aber die sind echt frech, ne? Der kommt schon wieder. Ey, komm, schießen um die Ecke, Alter. Ich treffe den gar nicht. Ich habe keine Chance. Lang war auch einer. Hat gecrossed. Ist der durch? Oh, aua. Ich habe die nicht voll gefressen. Ich gehe durch. Warte, ich kann dir eine Flash geben. Ich komme direkt mit hinterher. Der andere ist nämlich Monster. Ich bin full. Ich bin full. Von der Flash. Die hat mich gefüllt. Oh, was? Nein. Oh. Oh. Oh my God. Der eine war low. Der hat mich direkt umgedrückt, der andere. Alter, dass der mich nicht getroffen hat. Ich habe dir eine Degel gelegt. Hinter dir links. Oh, nice. Danke. Jetzt haben wir auch wieder ordentlich Lack dabei, nicht? Ja, ja. Wir müssen doch noch eine richtig dumme Aktion machen, Alter, mit den Degels, ey. Warte, ich gebe dir eine Flash. Der ist da. Klaus, Achtung. Der hat schon einen Degel-Hit. Das Blut ist hinten gespritzt. Ey, ich dachte echt, ich habe seinen Kopf getroffen. Oh, da ist er ja. Ey, der kommt da rein. Ey, 2,9 und 2. Shit. Okay, weißt du was? Geh du wieder zum Monster und ich gehe diesmal in den Connector rein. Und wenn der da ist, mache ich die Tür. Weißt du, du steppst kurz. Ich mache die Tür auf und gebe dem dann hoffentlich einen Headshot. Ja, ja, ja. Stimmt, das ist eine gute Idee. Weil da steht ja eigentlich immer Short, also offen für Dinge. Was brauchen wir denn? Acht Runden, ne? Ja, acht Runden. Also wir brauchen acht Runden für Draw, neun für Win. Ja, step weiter, weiter, weiter. Step noch ein bisschen. Jetzt ist er nicht da. Oh, nein, ey. Dieser kleine Jacques Chirac. Ich flash mal onside. Ich nade rein. Mann, ey, jetzt haben wir keine Flashpings. Nice. Komm langsam vor, Monster. Warte mal. Ja, ich warte noch. Da ist er. Ja, oben, besser. Hat er. Ja, ey. Deagle Aim am Start. Ich gehe zwar nie auf den Kopf, sondern immer auf den Körper, aber zwei Treffer reichen ja schon, meistens. Ey, wir haben das Draw schon wieder, ne? Okay, Alter, komm, komm jetzt. Fokus, fokus, fokus. Wir machen das gleiche nochmal mit der Tür. Ich gehe wieder oben lang. Ja, das ist echt haarig, ne? Weil ich gucke links, ich muss rechts gucken, ey. Von beiden Seiten können sie kommen, ey. Ja, es ist, es ist schwer. So, warte, warte, warte kurz. Ich, ich muss, ich, ich muss kurz schleichen. Okay, ich bin da. Step jetzt. Mach ich. Ja, es wäre nicht da, dieser Luis. Warum ist jetzt eigentlich die P90 her, ey? Ja, schmeiß die ruhig mal weg. Ich gehe hinten rum. Warte, warte, warte. Einer ist close, links. Ich bin abgesmogged. Ich kann nichts machen. Ich komme zu dir. Ich molle jetzt Barrels. Ja, in der Attacke. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die... Oh, bei Headshot. Ich meine, Aua. Weg, 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 weg. Wasser, Wasser und window, Wasser, window, pass auf. Okay, 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 okay. Warte, ich flash, ich flash, ich flash window. DT, pass auf, einer ist voll. Gehst du auf den Plant? Guck mal, ich leg dir die Smoke für den Plant. Ja, ist haarig. Geh ruhig mal rein, geh ruhig mal rein. Nein, rechts Wasser ist low. Minus, was, 46? Alter, babbler. War der low, der letzte? Warte mal. 15 Sekunden. Oh nein. Nein. Es war aber so klar, dass ich das... Scheiße. Es war so klar, dass er die Dinger ababte und ich einfach hin wie so ein Kind. Ich renne rein. Ah, scheiße. Ah, schade, schade, schade. Ah, das ist gar nicht so einfach, ey. Aber es ist in der ersten Runde schon mal ein Draw. Neue Runde, neues Glück. Oh Mann. Das ärgert mich, dass wir dann nur ein Draw geschafft haben, ey. Eine Runde. Beim ersten Ding, das war so klar. Ja. Also. Ah, wir sind direkt bei Key. Wir laufen auf jeden Fall zu zweit, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Sollen wir long durch? Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ich mag short bis so. Ja, geh mal long. Ich nehme den Huhn mit. Wir sind mal zu dritt. Wir schmelzen den Huhn vor. Oh, ich hänge an der Wand. Der eine ist close hier. Kein Treffer von mir. Aber mir auch nicht. Okay, warte, kurz abchecken langsam. Oh, das sind beide, glaube ich. Ich glaube, das sind beide. Das sind beide. Was ist der andere ist? Pit oder Hit? Er ist tot. Weißt du was? Wir könnten jetzt aber vielleicht doch short gehen. Ja. Und ich molly pit direkt. Also ich guck kurz. Wir gucken, wir pieken kurz so. So, ich molly pit. Ich bin full. Wow. Molly mini pit. Äh, da ist der. Der ist beim, beim. Alter, okay. Ist schon weg. T-Force, du kannst hier legen direkt. Ja, warte, ich will gucken, ob der andere von hinten kommt. Alter, ich sehe gar nichts. Bin ich da? Ja, ja. So kurz. Lass mal kurz beide abchecken. Okay. Okay, keiner da. Ich denke eher, dass der onside ist. Alter, die doppelt Nate. Machst du trotzdem kurz, oder? Ja, ja. Ich mach kurz so ein bisschen mit. Boah, schön, ja. Holy moly. Der war einfach bei dem Heuwagen. Die waren so zweit, glaub ich, beim Heuwagen. Nee, der kam da angeschlichen. Ach so. Der war aber erst lang. War der lang, okay. Oder der war Heuwagen. Kann auch sein, weil ich hab da einen Molly hingeschmissen. Ja, weil der erste war auch beim Heuwagen. Hat da sogar durch die, durch die Ecke geschossen. Jetzt wieder long, oder? Jetzt gehen wir long. Joa. Ich flash short und wir gehen easy peasy auf Longer Reasy. Dann müssen wir gucken, die haben jetzt Ballermänner. Fuck. Schön, warte. Ich hab 19 AP. Ja, vielleicht können wir direkt auf den Plant gehen. Oh, Balkon. Ja, dann geh ich auf den Plant. Ich geh auf den Plant. Oh, der ist da. Achtung, Achtung. Der ist raus. Nice, G-Force. Alter, die hätten aber eins. Jetzt haben sie aber Ballermänner, glaub ich. Ja, jetzt. Ja, oder? Oder sie haben gemerkt, dass wir nur die spielen und wollen es uns gleich tun. Das wär so sahne. Also ich glaub, dann haben wir wahrscheinlich... Ja, 100%. Kannst du mir anders noch nicht vorstellen. Ich würd's auch machen. Ich guck jetzt nochmal, Sean. Oh, oh. Ich flash und... Die haben eine IOP. Seien Sie, G-Force. Seien Sie. Oh. Oh. Aua. Der hat einen Schlangen, er hat einen Schlangen, G-Force. Oh. Doppel-AVP. Komm, den hast du, den hast du. Überrenn den, überrenn den. Ja, der ist weg, der ist weg. Überrenn den. Überrenn den onside. Oh, nice. Easy plant, easy plant. G-Force, die Runde hast du. Der andere kommt auch long. Perfekt. Oh, der hat dich gesehen. Mach langsam, mach langsam, mach langsam, mach langsam. Der hat kein Leben mehr. Der hat kein Leben mehr, das stimmt. Der ist bestimmt im Pit, der kann deine Füße ziehen. Oh, oh, oh. Nice. Der eine ist gegangen. Was? Der eine hat einen Bun. Was, ein Bun? Ja, also ein 7-Tage-Bun, ja. Zählt das dann auch ein Swin? Naja, wir können ja nichts dafür, wenn die gehen. Wir haben sie dir weggediegelt. Lol. Oh, fuck, jetzt habe ich die Glocke gekauft. Ich abfe. Ich hole die Glocke und kaufe mir danach die Glocke. Okay, keine Ahnung, wo der ist. Der hat auf jeden Fall lang gemolliert. Warte mal, ich smoke hier mal die... Oh, nein, ich habe gerade Smoke in der Hand, so wie du. Nice, Ziphos. Ey, das ist jetzt aber... Also, ich hoffe nicht, dass sein Mate gesagt hat, ich cheate jetzt und dann sagt der andere Scheiße, dann gehe ich, weißt du? Aber ich merke nichts davon. Achso, ja, stimmt, das kann ja auch sein. Das kann auch sein. Also, ich würde in so einem Fall vielleicht auch gehen, wenn sich bei mir einer ankündigt, dass er gleich anfängt zu hacken. Hätte ich auch keinen Bock mehr, aber... Ich glaube eher, die denken, dass wir hacken. Holy fuck, zu null. Das wäre doch mal spannend. Also, das ist echt Peter gerade. Ich fühle mich fast schon schlecht. Es fühlt sich fast an wie Bullying. Weil der hat ja irgendwie überhaupt keine Chance, der Boy. Ah, Pit, 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 Aua! Oh, ich wollte gerade abdrücken. Ich hätte ihm easy die Rübe weggeschossen. Nein, kein zu null. Egal, scheiß auf. Ja, also, das ist ja... Das kann er doch gar nicht mehr gewinnen. Also, wenn er jetzt anfängt zu breakdancen und zu tanzen... Ja, okay, dann schon, aber das... Oder ein Step-Tanz macht, dann kann er schon gewinnen. Aber ich glaube, sein Mate war einfach salty, dass sie auf die Nase bekommen haben. Wollen wir lang einfach rum? Ja, wir gehen... Ja, wir können auch beide einfach in Pit warten, bis er kommt. Und dann... Ja, ja, dann machen wir Reudig, komm. Ja, komm, nee, wir gehen beide Pit. Wir gehen beide Short. Also jetzt doch Pit? Ja, nee, Short beide, meine ich. Weil ich will nicht Reudig sein. Du hast schon recht. Wir müssen jetzt ja... Aua, aua, aua. Wir müssen jetzt ja nicht auf Reudig spielen. Da muss ich jetzt direkt mal sagen, also jetzt hier mal für alle, für die Zuschauer. Bis auf das erste Mal, der Challenge, haben wir immer drei Runden aufgenommen, da einfach die beste der drei Runden genommen oder die lustigste vielmehr. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich, wahrscheinlich, die erste Runde zeigen und danach die hier, wie wir einfach gewonnen haben. Also, um zu zeigen, dass die Challenge vorbei ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, der ist, glaube ich, Haus. Weil ich hab ihn lange nicht gesehen. Die erste Runde war sacklustig. Ja. Die hier ist jetzt ja wirklich eine Überfahrt. Also, der hat ja no Chance. Hast du meinen Popo von Kurz? Äh, Kurz, aua, hat eine Scout. Lang? Jo, immer noch lang. Ja, okay, gut, das war's. Jo, wir haben diese Challenge geschafft, ne? Oder jetzt doch nicht? Ja, doch, doch, die Geforce. Ja, nur, Mademoiselle kam eben nochmal rein, ich war kurz schockiert. Achso. Ähm, ja, ja, wir haben gewonnen. Ich meine, wir können ja nichts dafür, wenn die aufgeben. Ich zeig trotzdem die erste. Also, ich meine, wir können ja nichts dafür, wenn die gehen, ja. Ich zeig natürlich trotzdem die erste, ähm, das erste Spiel auch, dass man sieht, wir haben auch ein normales Spiel gemacht. Äh, und das war jetzt ja wirklich Lellewebel. Also, die Challenge ist fertig. Ja, geil. Die Rettung haben es geschafft. Haben es halt mal wieder gemacht. Ja, nice. Oh, Mann. Die alte CSGO-Weißheit hier. Ja, weiß, einfach schießen. Wer zuerst trifft, der gewinnt meistens. Das ist die alte CSGO-Weißheit. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit einer dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. Was? Was?